Ja, passt schon. Auf geht's. Na, willst du so mal sehen? Nee, willst du die mehr sehen? Ja, glaube ich auch. Ah, das hat Jugo, der hast du nämlich gespielt. Das hab ich genommen. Ich würde gerne sagen, wenn du rauskommst. Warum macht die Unterstellung als die Dame F4 macht? Das tauscht halt auch die Dame. Scheiße. Ja. Letztes hat einfach meine Dame Matt auf H6. Also, schieß doch auf. Na gut. AndiFIT 1-0. Danke für die Benachrichtigung. Wollte erst den SMS schreiben, aber dann dachte ich... Ich kann das nicht das Konzept sein. Eigentlich nicht, oder? Ja, weil du gesagt... Das war ja auch für gut, nicht? Ja. Das ist gut. Also, ich glaube, es hat ja schon... Ja. Ja, ich bin jetzt erschienen. Ich geh zu. Ich geh zu. Ich geh zu. Gibst du's zu, ja? Ich glaube, er gibt's zu. Der kann's ja schlecht abstreiten. Wer der jetzt zwei Augen hat... Ich hab doch überhaupt nichts gesagt, was ihr euch jetzt da denkt. Ich hab ja überhaupt nichts gehört. Also, ich hab keine Maschine. Aber ich sag, du hast ne Moschee. Ich hab keine Maschine. Ich hab keine Maschine. Dann wirst du voll scharf oben. Na! So überziehen. Das sind ja so diese Strukturen. Diese Strukturen wieder. Oh, ich... Ich weiß, wo die Puppen hingehen. Na gut, der Zug ist vielleicht okay. Der ist okay seitdem. Den muss er bolzen. Ja, wo können die Puppen hin? Wenn man die zugeagten zieht, guckt der Andi auch gleich an. Der Tisch geht. Ja! Das ist korrekt. Selbst der Käse auch nicht so. Aber... Ich hab ihm kurzfristig mal ein bisschen Angst gemacht. Das ist doch auch schön. Das ist doch viel wert, ey. Spätchen rein. Er spielt wie eine Moschee. Ja. Tja. 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 Das Endspiel ist jetzt nicht schön, aber was soll man machen, ne? Muschiten. 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 Mängstens wäre ich jetzt nicht mehr natt. Nicht so schnell. Okay, okay. Mach ich denn da. Mach es mir. Au. Das mach ich denn da. Au. Ach, ich bin ja eh fliegel auch noch. Das hat er natürlich außer Acht belassen. Bööööööööööööööööööö. Ich bin ja k pop кру Wonchizer. Ich so richtig wöööööööööööööööö Status. if so ein Kippes ist für die H走了 Hajde. Meğer die H کر Drei, zwei, drei, vier Ich gucke Drei, drei, zwei, vier Ich gucke Dann bin ich Hast du gerade per Pfiff das Scheiße gesagt? Ah, aber guck mal! Ach, guck mal! Mein Gott, der Hand ist ganz überall rechnen! So! Das ist ja nur Schmerzen! Unterschmerzen wahrscheinlich! Na gut, ich muss in König nach P7 stehen in deiner Kack-Diagonale, oder? Nee, ich muss nach P8, sonst stehst du nicht in der Diagonale. Ist ja okay. Oder? Ja, das ist doch der einzige Zug, der Sinn macht. So, und jetzt bin ich wieder dran. Jetzt nehm ich den weg. Trotzdem. Mein Gott, du! Bin ich aber gut rausgekommen dafür, dass ich dachte, ich kann dir die Hände! Hahaha! Hört ihr, was er sagt? Ja, ja! Er sagt, hört er, die ich nicht mal auf die Schaukel nehmen würde! Aber wie viel Scheiße will ich auf die Schaukel nehmen? Was auch immer das ist! Bin ja mal rausgekommen, ja! Hm! Hm! Gar nicht so schlecht! Was mach ich denn jetzt? Ich habe irgendwie das Gefühl, ich muss da vernehmen. been. Was ist das? Das ist halt ja gut. Scheiße. Jetzt haben wir zwei. Stabil. Wenn er sich anfängt zu loben, ist es immer ganz besonders gefährlich. Nicht gerade zu raschen. Das ist mein Motto. Das ist unbestritten. 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 Du bist immer aktiver. Stimmt. Stimmt. Entschuldigungspartie. Das geht einfach. Ach so. Ich weiß nicht, ob das einfach ist. Das ist mein Paarmaus. Oh. Ich weiß nicht. Wie haben wir es eigentlich? Ich weiß nicht. Dann fängst du an. Schusser, bleib bei deinen Leisten. So. Scheiße. Ah. Okay, okay. So, wir verloren. Ja, das ist doch.